ECHRAN Willkommen, liebe Freunde, willkommen zu dem Programm ECHRAN. Danke schön, dass du hier bist. Mein Name ist Eduard Giesbrecht und danke schön, dass du hier bist. ECHRAN Er ist hier mit mir im Ekran. Ich freue mich sehr, dass du teuer gesagt hast, oder bitte gesagt, du freust mich, als du in diesem Programm bist. Und ich freue mich für das, dass du meine Frau bist und dass du ein Thema hast, dass du am Hort hast, dass du uns mitteilen wirst. Danke schön für dich hier zu sein. Und Eib, du hast doch mal deine Zeugnis vertelt. Und das wird nicht unbedingt deine Zeugnis nennen, aber das wird dann vielleicht das nächste Port von deinen Zeugnis nennen. So, Eib, was wollen wir von dir vertellen? So, ich wollte meinen Klimpitz sagen, wie ich sie. Und dann wollte ich sagen, ich war Worte, ich war am Vatale und so wurde dort das. Ich war seit einer Kolonie und ich sie durch rückgekommen mit 15 Jahren. Und dann lebe ich bitte in der Kolonie nicht mehr mit meinen älteren Töp. Und so, für solche Jungen, wo du von der älteren Wachkunde nicht mehr mit den älteren Töp wohnen, das war sehr wichtig, dass wir uns nicht geschehen mit der Zeit. Und das war immer, wie wir alle reden von dir. So, sei noch einmal verholt, wie hast du die Kolonie verlotet? Echt 15 Jahre. 15 Jahre, ein junger, junger, junger. So, ich sehe in 19 Jahren. So, du bist, wirst du in Bolivien abgeworfen? Ja, sie hier geboren abgeworfen. So, ich war in der Kolonie, wo viele Menschen dort kennen. Und dann, mit 15 Jahren, läuft mein Leben nur Jesus. Und dann, wenn ich dort eine Kolonie nicht schaue, zu leben mit Jesus, wenn ich nicht kenne, das Leben fährt, wo ich komme, dann entscheidet mich einfach, dass ich verloren bin. Sehr gut. So, ich sehe nur, dass ich meine Hüste fahre, nur meine Mutter. Und das ist wirklich sehr gut. So, ich werde mich willkommen heute. Aber ich kann nicht über die Bibel reden. Hast du einen Führer? Mein Führer, der stirbt, wenn ich drei Jahre alt bin. Und dann, wenn ich drei Jahre alt bin, dann befriedigt meine Mutter sich frisch. Okay. So, dann hast du einen zweiten Führer. Ja. Sehr gut. Und dann, wenn ich drei Jahre alt bin. Und dann, wenn ich drei Jahre alt bin. Und dann, wenn ich mich nicht mehr mit unseren Eltern habe, dann ist es wichtig, dass wir als Jugendlichen uns eine Mutter sehen. Und dann, wenn ich drei Jahre alt bin, dann ist es wichtig, dass ich mich nicht mehr mit unseren Eltern wohnen kann. Und dann ist es wichtig, dass ich mich nicht mehr mit unseren Eltern wohnen kann. Und dann, wenn ich mich nicht mehr mit unseren Eltern wohnen kann, dann ist es wichtig, dass ich mich nicht mehr mit unseren Eltern wohnen kann. So, wann, wann, was passiert, wann einer nicht so eine jetzliche Mutter hat? Was passiert? Dann passiert das Kreuzes, vielleicht von 15 Jahren, von der Kolonie. Und dann, wenn ich das erste Jahr lebe, dann lebe ich noch eine Mejalltane. Und mir fehlt dort eine Mutter weg. Ich habe dort nicht. Ich habe dort nicht die Mutter weg. Wie ich wohne ich nicht mehr mit unseren Eltern wohnen, ich habe nicht das jetzliche Mutter. So, dann, da habe ich eine Frau, lebe ich eine Mejalltane und ich verliebe mich. Und dann, dass ich das, das, was ich mir handelt gebe, verbrücke. Wie Ola, wo eine Lage steht in der Zart und dort war es wie Pfähle. Ich verliebte mich an ihn und dachte, dass er so erscheint. Wenn ich zwei Jahre alt bin, dann fange ich an Gott zu doden. Ich gehe mit Trüge, mit Kolonien zu evangelisieren. Ich werde dort leben, wo ich dort Post nicht habe. Ich konnte Gott in der Medialle haben. Ich zeigte ihn mit ihm und alles schlechte. Wenn wir diese jetzlichen Mörder nicht haben, dann sieht man, wie die Leute beten. Wenn die Leute beten, dort ist nichts wert. Das ist ein bisschen erreicht für sich eine Sache. Wenn die Leute beten, die Leute beten, dass sie nicht erreicht werden. Aber ich habe erreicht, da habe ich ein Lachen in seiner Hunde. Ja, ich habe es erreicht. dort ist nicht der Rechte. Dort ist nicht der Rechte-Tit. Also ich habe dann nicht der Rechte und dann habe ich aus Novius dann Sex und alles schlechte Leben habe ich dann. Und dort wird bloß nicht gut. Und dann werde ich sagen, wenn ich Gott will, dann muss ich dort schlechten Tag lügen. Und so dann sehe ich ja oft im Bett von der Frau, da hat sie so eine Frau. Dort kann ich mit Gott leben und ich habe geistliche Mütter schreit. Und dort ist so schön, wann ich dort konnte. Und dann wurde ich und von Gott zu denen sagte ich mir dann eine geistliche Mütter. Und dort hält mich sehr viel. Wann vertalst du mit so einer geistlichen Mütter? Das ist einfach bloß, ich kann ihr anordnen und ich kann einfach mitteilen, was immer mich dann anordnen geht. So, und ich sehe mich sehr, dass uns viele Jugendliche zu Hause und ich habe mit meinen Jugendlichen über das geredet, dass ich sage, dass ich in der Stadt zählge wurde. Und der letzte Poweg gab es mir ein bisschen mitteilen. Und für die Jugendliche, weil ich sehr mit mir dort, wann ich in der Kolonien rückkomme, dort sind eine geistliche Mütter und nicht bis eine geistliche Mütter. Das ist wichtig, ob ich ein paar steig kann. Ich habe bloß eine. Und dann ich habe das singt, dass ich verlauteteit, sei wir nicht mehr hier an. Und dann fange ich an, nur das Anrechte-Läufe, nur die falsche Läufe zu sehen. Und das ist so leicht, die falsche Läufe zu finden, aber das ist nicht gut. Was meinst du mit dem falsche Läufe? So, mit dem falsche Läufe ist es einfach, so Jugendliche dann von der und der Hände alle fallen. Und dann sag ich das unsere Ubers vielleicht allein und dann sagt wir nicht da. Dann sagt wir niemand von evadiert und dann wir einfach senden Medialen im Face, Instagram und schreiben mit euch und sind nicht gute Dinge, die geschrieben wird. Das habe ich selbst erlebt und das hat andere erlebt und ich wollte von wo ich reden da. Und ich will einfach mit merken, wenn wir sind unsere Ubers, weil wir nicht blüht davon haben, weil wir einfach mit den Menschen, die die Raum haben, gemeinsam haben. Und wenn die nicht mit uns mit stehen oder wenn das nicht ist, aber weil wir einfach gemeinsam fahren mit . haben auch die Vorderlöw gesagt. Und jede Person ist anders. Und dann hat eins mal gesagt, dass wir Jugendliche sind fünf, sieben, acht, alle sind. Und das fängt an mich an zwei, zahlen nicht mit Vorderlöw. Das lachen wieder. Aber sie kommen auch aus einem verbrechenden Heim oder sie hören aus ihr Heim wenn es eine Sache verlohte. sie kommen an mich und sie fangen an mich an dass sie können gesünder abwassen. ist ein vielen Menschen. Aber in Ex selbst hat ich auch diese Person bekommen. du sagst, was für mich das älter sein. Ein Mann ist ein Mann. Wo einer 16 Hör einfach hübscheren kann. Wo er nicht ist. ist. Oder einfach kann. Bloß einfach sein, das einer erst. nicht so. Säugert. Und einer Säugert. Der Kongons ist schade. Der Mettele wird immer ein ordentlich anhört. Und dort ist Säugert. Dort einer Konferre war. Ich komme in Wurse. So ich war einfach mit mir ge eigentlich nicht mit dem Fudertop ab. Wurse. Für mich ist die Mette viel wächter. Und ich glaube die Mette ist für alle wächter. wie Wurse. Mette ist unordnet. Aber der Fuder ist sehr wichtig. Ich war einfach die äldre Müt merke. Wenn die Schengen haben, wenn die noch nicht Schengen haben, die noch einen Schengen haben, die Schengen einfach von clean on. Das wurde reine Mette leufe. Die leufe wurde Schengen brücke. Die reine leufe. Wie wenn die ablöfe ohne die Mette leufe, ohne die reine leufe, dann sieg die büte. Und dort ist dann wie so eine von die viele Jugendliche mit 14 Jahren der große Kramus novio. Die denken so, naja, mich fehlt was an Hort. Ich kriege aber nicht. Ich glaube gern jungen, gar nicht mehr jungen. Das war mich an das geben, wort ich brücke. die fehlt dort und diese leufe, aber die fängt dort nicht, die kriegen dort nicht aus in ihr heim und dann sieht die sich dort mit Alkohol und mit verschiedensten Videos sieht die sich dort. In der Lade wird fehlt, plus dein leufe wird fehlt, in der Pfähle. Wenn mein Dach zu end wurde, so brücke die Mette leufe. Und die Mette leufe, das sehr wichtig für mich. Besonders weil ich den Bibelförsch lesse, wo das erste Päutres vorher verscheidet über alles sollt du nur dort nicht die leufe einer anderen stören kann, weil es leufe da viele sind in teuer. So die leufe da viele sind in teuer. Wenn die King a Tüß von ihre anderen die reine leufe kriegen, dann seht die nicht der schlechte leufe aus. Dann seht die leufe nicht so. Wenn ihre Tüß beant schrien wie ihre Mutter, dann kann die King denken, ich sind 22 Jahre, mir fehlt noch nicht ein Partner. Ich habe so eine Sorge über die älteren. Ich will mich noch nicht befrieren. So mir fehlt noch nicht ein Partner. Ich sehe noch so ein befreer allein. Und das ich fand auch da als sie 19 Jahre in mir geht zur Scheuner Lein sein. Wenn ich eine geistliche Mutter ist, dann denke ich nicht um zu befrieren. Dann fehlt mir das nicht an. Aber wenn ich keine geistliche Mutter habe, dann sehe ich nur die wahre Leute. Aber das fängt euch nicht so leicht. wenn ein geistliche Mutter hat, die du nicht kriegst, dann sieht man einfach dort, wo das am schlechten Sachen geht. Linda, freut mich zu hören für alles, ihr an Mette Jephtas. Ich möchte die Jugendliche sein. Dort habe ich die Tau in der Tau nicht auf so Städte, wo nicht wirklich live ist, sondern wo Fleisch gefällt wird. Sieg die Leute an Isten steht bei Gott und Menschen wird Gott leben und Gott leben . auf Sonne steht wo das lade ist und wo das nicht gode trink kommen hat. Ich möchte die Gute sehen wenn das Programm ein sehen. Für die warst es ist mit deinen Freund über Whatsapp oder deinen Star oder deinen Facebook wo immer mit deinen Kurs teilt mit und got sehen in nächsten Woche Ciao Ciao Ekran wurde in Bolivien produziert Wenn du mit ans reden bist schreib uns im Whatsapp oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail